In der Song-Room wird dir präsentiert von Orange Young. Und wir haben ihn da! Machen zusammen Neues für den Phil! Oh yeah! So kann das gehen. Komm mal nachher, lieber Phil! Wir haben den Phil gefunden. Er ist Mitarbeiter bei Joyce, unser IT-Spezialist. Und das ist der Seven. So lässt man sich hier noch schnell kennen. Und ich habe gefunden, wir lernen ein bisschen tanzen. Wärst du dabei für ein Dance-Lesson mit dem Phil? Ja natürlich, du machst aber auch mit. Ich mache noch mit. Phil zeigt vor und wir machen nachher. Was ich vorbereitet habe, ist The Wave. Du hast jetzt vorbereitet, okay krass. Ganz einfach. Eins, zwei, drei. Ich mache noch ein bisschen. Ja! Ich mache noch eine andere. Nein. Ich mache noch eine andere. Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Langsam, langsam, langsam. Er macht das nicht zu erst mal. Er macht das nicht zu erst mal. Ja, das ist gut. Alles gut. Mal machen wir das, 1, 2, 3 ... Okay. Wenn wir uns jetzt verbinden, mit dem Dropping. Einmal, du hast mal herausgekommen. Machen wir alle dafür viel! Das ist das Bedsnitzvöl gewesen für zum ersten Mal.